Wenn man mehr gibt, dann wäre das auch ein fatales Zeichen. Das ist eine öffentliche政治-Tausch. Weil wenn Putin diesen Krieg gewinnen sollte, weil es keine weitere ukrainische gibt, dann wäre das auch ein fatales Zeichen an andere Diktaturen, an andere Autokratien in dieser Welt, dass man nur lange genug... ...und setzt auf eine aktive Verbreiterung unserer Wirtschaftsbeziehung nach Asien und darüber hinaus. Wir wollen uns nicht wie nur sagen... China hat sich verändert und das ist, warum unsere Politik nach China auch muss sich ändern. To us, China is not only a partner, but also more and more competitor and systemic rival. I hope you enjoyed this video.